Auf eine bessere Welt 2007 war die erste Bahnhofsviertelnacht. Gewerbetreibende, Vereine und Organisationen öffnen seither jedes Jahr ihre Türen. Sie zeigen den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick hinter die Kulissen. Von Kunst bis Religion, von Handwerk bis zu kulinarischen Köstlichkeiten. Karitative Einrichtungen, Hotels und Geschäfte, all das wurde im vergangenen Jahr in der Bahnhofsviertelnacht 2019 auf einen guten halben Quadratkilometer geboten. Und das Viertel verwandelte sich in ein großes Straßenfest. So sollte es wieder werden. Bis Corona kam. Von heute auf morgen wurden Restaurants, Büros und Etablissements geschlossen. Nur noch systemrelevante Geschäfte und Einrichtungen offen gehalten. Eine schwierige Zeit für einen Stadtteil, der ohnehin viele Schattenseiten einer Großstadt in sich versammelt. Nach wie vor hat sich die Lage nicht beruhigt. Denn solange es keinen wirksamen Impfstoff gibt, bleibt die Ungewissheit. Und dieser eine Gedanke, dass im nächsten Jahr alles besser wird. Die Bahnhofsviertel nach 2020 fällt als Großveranstaltung aus. Damit man trotzdem einen Einblick in dieses Viertel kriegen kann, stellen sich hier die Gesichter des Frankfurter Bahnhofsviertels selbst vor. Mein Bahnhofsviertel. Angefangen bei dem Oberbürgermeister Peter Feldmann. Wir stehen hier in einem sehr besonderen Stadtteil. Wir haben uns eben angeschaut, die Kaiserstraße, die Nebenstraßen, hier die Elbestraße, jetzt in der Münchner Straße. Es ist ein Stadtteil mit einem besonderen Flair. Er ist bunt, er ist vielfältig, er ist einzigartig. Aber es ist natürlich auch eine Ansammlung von Highlights, die wir bei der Bahnhofsviertelnacht üblicherweise uns angucken. Mit dem Friseursalon City, mit dem Jok Jok gegenüber, mit dem Zentralgrill, aber auch mit dem Stadtteilbüro Rote Treppe und vielen anderen. Wir schauen nicht weg. Es gibt kaum ein Stadtteil wie das Bahnhofsviertel, wo auch die Probleme dieser Stadt sichtbarer geworden sind im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Dreck, Müll. Auch zum Teil mit Auseinandersetzungen, die kein Mensch in dieser Stadt will. Es ist auch an uns, hier weiter hinzuschauen, nicht wegzuschauen, auch das Elend zu sehen, Lösungen zu finden, damit das Bahnhofsviertel so lebendig, wie wir es alle kennen und lieben, auch bleibt als ein lebendiger Stadtteil. Dieses Jahr muss auch aus Corona-Gründen der Rundgang, den ich üblicherweise hier mache, eben virtuell stattfinden. 50 Stationen, aber das Bahnhofsviertel, vor allem die Bahnhofsviertelnacht, geht auch ein Stück an die ursprünglich zurück. Wir lassen die Menschen zu Wort kommen, die für dieses Viertel stehen. Diejenigen, die hier arbeiten, diejenigen, die hier Marktbetreiber sind, die Läden haben, aber auch die, die mit den Problemen arbeiten müssen, einen harten, aber auch sehr guten Job machen. Das ist wichtig, denn es geht nicht anders, die Herausforderungen zu meistern, auch für ein besseres Bahnhofsviertel zu kämpfen, wenn man die Menschen, die hier wohnen, nicht einbezieht und auch auf deren Kraft setzt. Mein Name ist Jürgen Mühlfeld. Ich bin Leiter des Weser 5 Diakoniezentrums, eine Einrichtung des Diakonischen Werks für Frankfurt und Offenbach. Und wir sind hier für wohnungslose Menschen zuständig, die hier in Frankfurt leben, auf der Straße sind oder keine Wohnung haben. Da ist erstmal die Strandsozialarbeit. Kolleginnen sind also auf der Straße unterwegs, sprechen dort Menschen an, die obdachlos sind. Dann gibt es den Tagestreff, wo die Menschen hinkommen können, um zu essen, zu duschen, den Tag über zu verbringen, einen Schutzraum zu haben. Dann die soziale Beratungsstelle, wo die Menschen Beratung kriegen können mit allen Problemen, die sie haben. Die Notübernachtung, eine Möglichkeit für Menschen, die obdachlos sind und hierher kommen, direkt ein Zimmer zu bekommen für zehn Tage. Das Übergangswohnhaus, wo die Leute dann längerfristig bleiben können, um dann auch vielleicht wieder in eine Wohnung zu kommen, Arbeit zu finden, ihre Schulden zu regulieren etc. Und dann die Aufsuchung der Sozialarbeit am Flughafen, wo Kolleginnen tätig sind, die sich nur um die obdachlosen, wohnungslosen am Flughafen kümmern. Und die MIA, die Multinationale Information- und Anlaufstelle für EU-Bürgerinnen, ein spezielles Angebot für Menschen, die aus der EU herkommen und Beratung brauchen in ihrer Muttersprache, weil sie eben noch nicht Deutsch kennen und auch das System hier noch nicht kennen. Also ich muss sagen, ich habe die Corona-Zeit als eine Zeit erlebt, wo ich auch viel Solidarität, oder wo wir viel Solidarität erlebt haben. Es wurden sehr viele Kleider gespendet. Flugbegleiterinnen der Lufthansa haben ihre Zeit genutzt, da sie ja nicht fliegen konnten, uns hier praktisch zu unterstützen, dass wir durchgehend unsere Einrichtung offen halten konnten, was natürlich jetzt gerade für Obdachlose unter Corona-Bedingungen extrem wichtig war. Wir haben mehr Essen verteilt, viel mehr Essen verteilt in der Corona-Zeit als davor. Mein Bahnhofsviertel ist vielfältig und bunt, ist ein Ort, wo Arm und Reich sich begegnet, der Obdachlose, die Obdachlose und der Banker, der Drohungabhängige oder die Touristin. Und viele Ethnien, verschiedene Nationalitäten leben hier und können hier leben. Und genau das ist es, was das Bahnhofsviertel ausmacht. Die Bahnhofsviertelnacht ist eine Art der Begegnung, der direkten Begegnung, face to face. Und daher ist es auch so schön, wenn es dann wieder hoffentlich im nächsten Jahr stattfindet. Das ist gerade auch toll für uns, dass wir uns öffnen können für alle und alle mal sehen können, wie wir arbeiten, was wir machen. Und was ich noch zum Bahnhofsviertel sagen möchte, ist auch, dass ich irgendwie schade finde, dass es jetzt in der letzten Zeit wieder so viele negative Berichte über das Bahnhofsviertel gab und man irgendwie nicht wirklich im Blick hat, was es für die Leute, die auf der Straße leben, um es jetzt drogensüchtige Obdachlose bedeutet, unter Corona-Bedingungen draußen zu sein. Und alle Hilfeeinrichtungen hier im Bahnhofsviertel haben einen super Job gemacht und das müssen wir auch mal sehen. Transnormal ist ein kleiner Laden für Transvestiten. Man kann hier feiern, mit und ohne Transvestiten. Jeder, der lieb und freundlich ist, ist herzlich willkommen in meinem Laden Transnormal. Das Bahnhofsviertel ist meine Gegend, in der ich gerne rumlaufe, in der ich mich gerne hinsetze, vor der ich gerne weglaufe, je nach Tagesform. Während der Corona-Zeit habe ich natürlich nicht so viele Gäste gehabt, auch manchmal gar keine. Und jetzt kann ich mal in meine Glaskugel gucken. Ich habe nämlich Corona-Hilfe beantragt. Keiner wird allein gelassen. Ich bin voll guten Mutes. Ich wünsche mir für die Bahnhofsviertel nach 2021 ein gutes Miteinander, ein wertschätzendes Miteinander und nicht, dass man wieder so lostrampelt wie eine ganze Elefantenhorde und meine Terrasse ist fast eingestürzt. Ein bisschen mehr Wertschätzung für alle, die im Bahnhofsviertel leben und arbeiten und euch herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Claudia Plattner. Ich bin CIO in der DB Süssel und wir sind der Digitalpartner der Bahn und treiben dort die Digitalisierung voran. Ganz ehrlich, das Bahnhofsviertel ist einfach klasse. Das Erste, was einem dazu einfällt, ist die Nähe zum Bahnhof, daher auch der Name. Dazu haben wir hier im Bahnhofsviertel einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, das inspiriert. Und in der inspirierenden Umgebung haben wir auch die Möglichkeit, wirklich innovativ zu sein. Corona. Also einerseits, glaube ich, ist es uns gegangen wie allen anderen Unternehmen. Wir mussten von heute auf gleich ein Stück weit umstellen. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit es geschafft, große Teile der Bahn, zumindest diejenigen aus den Büros, in die Lage zu versetzen, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Denn wir haben den Betrieb aufrechterhalten. Wir haben ein Stückchen Sicherheit gegeben in einer furchtbar unsicheren Zeit. Und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr stolz drauf. Die Bahnhofsviertelnacht 2021. Also zum einen wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir es wieder schaffen, Besuche hier oben hochzuführen, ihnen wieder zu zeigen, wie wir hier arbeiten. Das werden wir mir persönlich vorzustellen. KI, natürliche Intelligenz, hoffentlich jedenfalls. Wir möchten den Leuten wieder zeigen, was wir hier tun, weil hier ist ganz, ganz viel zu entdecken. Das wollen wir tun. Da freue ich mich drauf, wenn das hoffentlich nächstes Jahr dann auch wieder geht. Und die Bahnhofsviertelnächte sind ja nun legendär. Ich kann mich auch noch ein paar erinnern, aber das darf ich nicht von der Kamera sagen. Mein Name ist Alex Dohn. Ich bin 29 Schuhmachermeister, arbeite hier zusammen mit meinem Vater zusammen, Jürgen Dohn, in der Schuhmachererei Lenz. Und wir haben hier einen Familienbetrieb im Bahnhofsviertel. Das Bahnhofsviertel für mich bedeutet einen schönen Zusammenhalt, Multikulti. Das heißt, man kommt hier mit ganz vielen Leuten aus der ganzen Welt zusammen. Und man erlebt jeden Tag viele tolle Dinge. Es kommen viele Reisende durch, weil die alle am Bahnhof ankommen und strömen dann in die Stadt. Ja, die Corona-Zeit war ein bisschen surreal, kann man sagen. Also als Handwerksbetrieb, die eigentlich nicht hätten schließen brauchen oder schließen müssen, wurden wir trotzdem von der Stadt Frankfurt eigentlich dazu gebracht, unseren Laden zu schließen für einen gewissen Zeitraum, weil die Stadt Frankfurt nicht verstanden hat, dass wir ein reiner Handwerksbetrieb sind, sondern haben gemeint, es ist ein normales Ladengeschäft. Aber von der Seite aus war es ein wenig blöd. Also für die Bahnhofsviertelnacht 2021 wünsche ich mir eigentlich, dass sich auch die Stadt Frankfurt besinnt, die Bahnhofsviertelnacht so aufzubauen, wie sie ursprünglich mal begonnen hat. Und nicht, wie es in den letzten Jahren war, eine reine Gastronomieveranstaltung und die ganzen kleinen Galerien und die selbstunstigen Ausstellungen und da, wo was gezeigt worden ist, dass die im Prinzip hinten runterfallen, sondern dass nur noch im Prinzip Essen und Trinken hier auf der Agenda steht und nichts anderes mehr. Mein Name ist Katharina Jan-Garam. Ich arbeite im Internationalen Familienzentrum. Wir betreuen hier Jugendberufshilfeprojekte über die Arbeitsagentur mit der Stadt Frankfurt zusammen und ich bin Leitung der ganzen Jugendberufshilfeprojekte hier im Haus. Das Bahnhofsviertel bedeutet für mich Interkulturalität, Vielfalt, das Eingangstor zur Stadt und ganz, ganz viel Netzwerkarbeit. Während der Corona-Zeit hatten wir das Glück, noch tätig sein zu können. Das heißt, unsere Maßnahmen liefen Tatsache, allerdings auch in abgewandelter Form. Wir haben ganz spezifische Hygienekonzepte mit der Klientel, die wir hier in Frankfurt betreuen. Die Bahnhofsviertelnacht 2021 betrachte ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das Lachende sieht natürlich geöffnete Einrichtungen, geöffnete Institutionen, die sich wirklich präsentieren können und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das weinende Auge ist wirklich, dass wir uns aus dem Bahnhofsviertel verabschieden müssen mit dem Internationalen Familienzentrum. Aufgrund des Paradigmenwechsels in den Maßnahmen, weg von der Menschlichkeit hin zur Wirtschaftlichkeit, müssen wir unsere Maßnahmen leider beenden, da wir die Ausschreibungen verloren haben im Bereich Jugendberufshilfe, sodass die Liegenschaft am Wiesenhüttenplatz von uns aufgegeben werden muss. Hallo, mein Name ist Josephine Kollers. Ich bin Mitarbeiterin und Gesellschafterin der MPU-Beratung Birgit May GmbH. In Sachen Führerscheinverlust helfen wir unseren Klienten und bereiten unsere Kunden auf die bevorstehende medizinisch-psychologische Untersuchung vor. Im Volksmund ist es eher bekannt als Idiotentest. Das Bahnhofsviertel für mich bedeutet ein sehr junges, dynamisches Viertel, kontrastreich. Ja, hier ist es quasi ein zwangloses Miteinander verschiedenster Nationen und Kulturen und man hilft sich im Bahnhofsviertel. Während der Corona-Zeit hatten wir anfangs unser Geschäft geschlossen. Danach haben wir ein Hygienekonzept ausgearbeitet und das auch umgesetzt und haben nach und nach wieder angefangen, ja, zunächst unsere Kunden telefonisch zu beraten und sind dann nach und nach, so wie es zulässig war, dann wieder zum Normalbetrieb übergegangen. Ich würde mir in der Zukunft wünschen, dass es irgendwann mal wieder ja möglich ist, so unbeschwert hier eine Bahnhofsviertelnacht zu veranstalten und so zusammen zu feiern. Mein Name ist Maria Mahatikadirola. Ich betreibe seit fast zwei Jahren Café Tostado in der Münchner Straße. Das Bahnhofsviertel ist pulsierend, leuchtend und lebendig. Genau das macht es ja so einzigartig und besonders. In der Corona-Zeit mussten wir erst mal leider fünf Wochen schließen. Natürlich hat man das hier am meisten gespürt, weil es ist ein Bankviertel, die ganzen Geschäftsmänner waren plötzlich nicht mehr da, alle sind dann im Homeoffice. Die, die trotzdem nicht auf der Arbeit waren, sind trotzdem vorbeigekommen. Unsere ganzen lieben Stammgäste, sage ich mal, die trotzdem uns unterstützt haben. Also von daher ist es auch schön zu wissen, wer wirklich an so einer schweren Zeit auf der Seite ist. Ja, was ich mir wünsche, was sich wahrscheinlich alle wünschen, dass das wie in den letzten Jahren wieder genauso stattfinden wird, genauso wieder lebendig und dass wir alle zusammen wieder feiern können. Seit 28 Jahren haben meine Eltern in der Münchner Straße die türkische Buchhandlung. Wir hatten zwei Läden nebeneinander. Vor zwei Jahren haben wir uns entschieden, die eine Seite als Café einzurichten. Nebenbei machen wir auch natürlich noch die Buchhandlung weiter, auch Online-Shop. Und während der Corona-Zeit waren wir sogar froh, dass wir diesen Online-Shop haben. Und wir verschicken ja auch türkische Bücher weltweit. Dadurch, dass in der Corona-Zeit viele Menschen zu Hause waren und sind, sage ich mal, haben die viel mehr Bücher bestellt und viel mehr Bücher gelesen. Von daher hat man das bei der Buchhandlung nicht so gespürt, also die Corona-Zeit. Hallo, ich bin Andreas Döring. Ich bin freier Fotograf mit meinem eigenen Studio hier in der Niederstraße 64 im Hinterhaus. Gleichzeitig auch eine kleine Galerie, wo ich ein bisschen was zeigen kann von meinen Arbeiten. Das Bahnhofsviertel ist für mich spannend gewesen. Als ich Räume gesucht habe, habe ich in verschiedenen Stadtteilen geschaut. Aber das Bahnhofsviertel war einfach von der Mischung her am interessantesten. Natürlich gibt es Probleme, man muss es nicht schönreden oder so. Es gibt auch Sachen, wo ich schon gucken muss, ob meine Kunden irgendwie da was Negatives mitkriegen. Für das Business war es natürlich eine sehr schwierige Zeit. Fotografie ist ein People-Business, was einfach wirklich davon lebt, dass man eins zu allen zusammenarbeitet. Als Fotograf mit manchmal einer kleinen Gruppe. Und da fielen die Umsätze komplett flach für eine ganze Zeit. Und einfach niemand mehr Fotos hat machen lassen. Also für die Bahnhofsviertel Nacht 2021 wünsche ich mir natürlich, dass wir wieder richtig feiern können. Dass hier wieder Leute reinkommen können in die Räume. Dass die Straßen wieder voll sein können, ohne dass man Angst haben muss. Dieses Jahr ist ja alles virtuell. Aber das möchte ich nutzen, einfach um auf meiner Webseite eine kleine Ausstellung zu zeigen, die ich sonst hier in den Räumen gezeigt hätte. Ja, mein Name ist Thomas Kober. Ich bin hier Kurator in der Diakonie Weißfrauenkirche im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und meine Aufgabe ist, hier die Veranstaltungen, die Kunstausstellungen zu organisieren im Auftrag der Diakonie Frankfurt und Offenbach. Das Bahnhofsviertel ist für mich ein hochinteressanter Ort, an dem unglaublich viele Menschen und viele Nationen zusammentreffen und hier versuchen, das Leben gemeinsam zu meistern. Ja, Corona war für uns eine sehr traurige Zeit, weil wir mussten alle Ausstellungen, alle Lesungen absagen. Und wir konnten keine Besucher empfangen. Die Kirche war zwar geöffnet, aber es kam auch niemand. Wir mussten alles abbauen. Und wenn niemand in dieser Kirche ist, dann ist es ein sehr ruhiger und ein sehr trauriger Ort. Fürs nächste Jahr wünsche ich mir, dass das Corona-frei gelebt werden kann und dass wir das so feiern können wie immer. Ja, mein Name ist Jakob Sturm. Ich bin einer der beiden Leiter der Basis hier in Frankfurt, im Bahnhofsviertel, in der Gutterstraße, das ist das Haupthaus. Wir sind bei den Initiatoren dieses Projektes und bieten vor allem für junge Künstler und kreative Räume an zum Arbeiten. Also ich sehe, das Bahnhofsviertel ist ein super spannendes Viertel. Es ist vielleicht auch das einzige wirklich großstädtische Viertel in Frankfurt. Aber es ist aber gleichzeitig auch so im positiven Sinne, finde ich, aber auch ein Spiegel und auch ein bisschen ein Brennglas der aktuellen gesellschaftlichen Situation. Also einfach auch die Mischung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher Herkunft, die hier in Frankfurt ihre Heimat gefunden haben. Ja, also wir haben natürlich auch den Betrieb ziemlich runterfahren müssen. Das heißt, der öffentliche Ausstellungsbetrieb und auch jetzt hier dieser Leserraum, wo wir hier gerade sitzen, der wartet noch sozusagen auf die richtige Eröffnung. Die Künstler konnten weiterhin in den Ateliers arbeiten. Das war kein Problem. Also die haben weiterhin Zugang zu ihren Ateliers. Ich glaube, ich wünsche mir, dass das Bahnhofsviertel wieder mehr, ich glaube, die Chance ist vielleicht auch gerade durch Corona gegeben, wieder mehr als das gezeigt wird oder sicher als das präsentiert, was es vielleicht wirklich ist. Die letzten Bahnhofsviertelnächte zumindest habe ich es eher schon so wahrgenommen, dass es eine sehr kommerzielle Veranstaltung ist. Es hat sich ja einiges geändert durch Corona. Man hat wieder so einen Begriff wie Solidarität entdeckt. Wir trinken auf goldene Zeiten, auf eine naive Vision, auf ein tiefes Bedürfnis, eigentlich so einfach und so schön. Ein Hoch auf die simpelste Lösung, wohl auf den ältesten Wunsch. Dafür nur treiben und stoßen, alles wie keins wie ein guter Wunsch. Komm, wir stoßen heute an, auf eine bessere Welt, auf eine große Idee, und dann abinkeln wir in seinen Namen in den Schnee. Komm, wir stoßen heute an, auf eine bessere Welt, auf eine große Idee, und dann abinkeln wir in seinen Namen in den Schnee. Ein Hoch auf glückliche Menschen und totem Hunger weltweit. Egal wie platt das jetzt klingt, gestern war eigentlich höchste Zeit. Prost, wenn wir machen den Anfang, der passiert immer im Kopf. Erst die verrückte Idee, doch am Ende steht Hoffnung. Komm, wir stoßen heute an, auf eine bessere Welt, auf eine große Idee, und dann abinkeln wir in seinen Namen in den Schnee. Komm, wir stoßen heute an, auf eine bessere Welt, auf eine große Idee, und dann abinkeln wir in seinen Namen in den Schnee. Komm, wir stoßen heute an, 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 auf eine bessere Welt, 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 und komm, wir stoßen heute an, 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 auf eine bessere Welt, 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 komm, wir stoßen heute an. Ja, ich bin Giuseppe Porello, geborener Frankfurter, gebürtiger Frankfurter sagt man, ich weiß es nicht. Frankfurter Junge, Hauptsache, und spiele in der Band Gastone, das Bahnhofsviertel ist so der Mittelpunkt Frankfurts. Ich bin immer wieder gerne hier und komme immer wieder gerne hier an. Ja gut, als Musiker haben wir natürlich nicht viel gespielt, das war ein bisschen finanziell, war es eher nicht so toll, aber ich habe viel Solidarität empfangen dürfen. Ich wünsche mir für nächstes Jahr eine reale Bahnhofsviertelnacht, eine wo wir wirklich wieder draußen auf der Straße sind, spielen können, trinken können, Spaß haben können. Ich bin die Gina, ich arbeite hier in der Mercedes Reyes Zigarrenlaunch und Manufaktur, das ist ein Familienunternehmen. Meine Aufgaben sind hier das Zigarrenrollen, das Tagesgeschäft und bin hier auch Gastgeberin. Für mich ist das Bahnhofsviertel das Tor zu Frankfurt. Hier siehst du alle Facetten, was Frankfurt anzubieten hat, in en engen Raum. Dadurch hat man dann hier, wenn man zu uns kommt, dann halt noch so einen Effekt des Unerwarteten. Leider nicht so gut, also sehr viele Einbußen auch schon bevor des Lockdowns, kommen immer weniger Gäste, weil sie natürlich Angst haben, in geschlossenen Räumen zu kommen. Ich wünsche mir, dass so gut wie alle gesund sind und dass wir so wie die letzten Jahre alles schön gemeinsam feiern können, zelebrieren können und man sich mal auch gemeinsam umarmen kann. Mein Name ist Farok Sketti, ich bin Betreiber von Djamowa und lebenscheidend so lange im Bahnhofviertel. Ich liebe Bahnhofviertel. Was mir bedeutet, ist halt die ganze Kultur, die von Menschen verschiedener Art von der Stadt, die eigentlich von überall kommt. Also wir sehen uns halt als mehr Familie, weil es so viele verschiedene Internationale gibt hier bei uns. Also die Herren war es schon ein bisschen fair, aber auf einer Seite freue ich mich, dass eigentlich meine Familie, die uns viel, viel geholfen hat und uns halt super überlebt, die ganze Corona-Seite. Und ich kann euch nur bedanken. Also ich will mir so, so wie ein paar Jahre vorher, das war, eigentlich cool, viele verschiedene Leute kennengelernt, die beste Atmosphäre, alles das Beste, was wir gemacht haben, ist einfach dieses Zusammenkommen, für die ganzen Menschen, die hier kommen und einfach auf die Party mitmachen und alle glücklich haben und einfach so genießen. Den haben wir zusammen in Bahnhofviertel. Ja, also ich bin der Nikola Petrek, die meisten nennen oder kennen mich unter Nick, der Gitarrenbauer, weil das ist mein Beruf, offiziell Zubfinstrumentmacher. Also das Bahnhofviertel bedeutet für mich einmal, ich will das jetzt mal ehrlich sagen, auch ein Stückchen Hassliebe. Ich bin im Gallus hier groß geworden, das ist hier angrenzend. Beides keine Gegenden, wo man unbedingt seine Kinder auf die Straße schicken möchte. Aber nichtsdestotrotz ist es halt die Vielfalt und auch die Möglichkeiten, die sich einem hier so bieten. Ja, die Corona-Zeit, ja, Ende des letzten Jahres hat meine eigene Firma gegründet und das ist natürlich, das brauchst du gar nicht, dass dann sowas kommt. Ja, aber ich muss sagen, nicht nur Schlechtes hatte. Also ich habe in der Zeit meine eigene Gitarrenform entwickelt und jetzt auch die Prototypen dazu gebaut. Ja, das wäre wahrscheinlich bei normalem Geschäftsbetrieb gar nicht möglich gewesen, weil ich da schon immer ganz schön viel zu tun habe. Was würde ich mir wünschen zur Bahnhofsviertelnacht? Ja, ich würde mich freuen, wenn das wieder so ein Event wird wie letztes Jahr. Also es ist doch was anderes, wenn du dann in dem Raum stehst, die Livemusik hörst, mit den Leuten redest, das Gefühl dafür hast, was hier eigentlich passiert. Ja, das wünsche ich mir wieder, dass das nächstes Jahr wieder möglich ist. Ja, und ich wäre auch gerne mit einem Stück meiner Handwerkskunst auch Teil dieses Geschehens. Hallöchen, ich bin die Gisela Paul aus Frankfurt am Main. Wir machen die grüne Soße hier am Kaisermarkt dienstags und donnerstags von 9 bis 18 Uhr und sind mobil. Mein Bahnhofsviertel, das ist für mich wie mein Kind, weil der Markt, den wir 20 Jahre haben, den haben wir vor 20 Jahren installiert und das ist für mich mein Kind. Also bei uns ist es während der Corona-Zeit gelaufen. Wir waren von Anfang bis zum Ende jetzt durchgehend da, bis 16 Uhr in einer Kernzeit. Aber es war Zeit, dass es rum ist. Die Bahnhofsviertel nach 2021 möchte ich gern wieder, so wie in all den vorangegangenen Jahren erleben, gemeinsam ein wunderschönes Fest hier für unser Bahnhofsviertel. Wir sind jetzt bei Design Office hier und mein Name ist Melanie Schwarz. Unser Hauptbusiness ist Office Space und Veranstaltung Space. Was bedeutet das Bahnhofsviertel für mich? Leben. Das Bahnhofsviertel schläft nie und aufgrund der optimalen Lage, Infrastruktur ist es für uns der beste Platz. Von 100 auf 0, was die Veranstaltung angeht, es waren auf einmal alle Events weg, da war auf einmal nichts mehr und da mussten wir uns komplett auf das einstellen, was passiert. Für alle eine schwierige Situation. Mit dem mühevollen Miteinander und mit dem Miteinander umgehen haben wir es geschafft, unsere Office-Kunden die ganze Corona-Zeit eigentlich zu begleiten. Für die Bahnhofsviertel nach 2021 wünsche ich mir wieder, dass wir gemeinsam durch die Straßen gehen und gemeinsam feiern können und dass ich diese Location live den Leuten präsentieren kann und nicht nur online. Ja, ich bin Julia Gierkva, mit dem komplizierten Nachnamen, arbeite hier seit vier Jahren im 25-Hour-Hotel The Trip. Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist hier präsent bei uns im Hotel. Wir haben nämlich im Innenhof ein Kunstprojekt mit den Gesichtern des Bahnhofsviertels, weil wir gesagt haben, wir wollen auch die Multikulti-Vielfalt im Bahnhofsviertel zeigen. Das Bahnhofsviertel bedeutet viel für mich und auch für uns als Hotel. Wir haben unser Büro hier, aber ich liebe das Bahnhofsviertel auch als Ausgehort. Mit den verschiedenen Gastronomien, Restaurants, Bars, die es hier gibt, bin ich hier immer gerne unterwegs. Corona, das Hassthema. Corona-Zeit war natürlich gar nicht schön, also für die Hotellerie und Gastronomie ganz klar furchtbar. Viele Umsatzeinbußen, die wir hatten, also wo wir jetzt auch noch mit zu kämpfen haben. Für uns als Hoteliers war es schlimm, dass das Hotel zeitweise einfach leer war. Also ich habe jetzt ja schon seit 2016 jede Bahnhofsviertelnacht hier mitgemacht. Und wir hatten meist eine Riesenparty vorm Hotel hier in der Niederstraße. War immer ganz viel los, hatten einen DJ da, unser Restaurantpartner. Die haben im Innenhof auch so eine Lounge gemacht mit Musik und gutem Essen. Und da war einfach richtig Halligalli und das wünsche ich mir fürs nächste Jahr auch wieder. Das wäre schön. Mein Name ist Felix Feierabend. Wir sind hier im Platz, in einem Eventraum im Bahnhofsviertel. Und ja, ich bin hier Geschäftsführer und Inhaber. Das Bahnhofsviertel ist eine Mischung aus allem, was Frankfurt so zu bieten hat, im Kleinen, wie ein Mikrokosmos. Und für mich ist das ein Raum, in dem eigentlich fast alles möglich ist und alles machbar wird. Also ganz speziell jetzt hier mit dem Platz war die Corona-Zeit natürlich relativ kompliziert. Es sind erstmal keine Leute gekommen zu den Events oder den Sachen, die wir hier vermieten wollten. Da unser eigentlicher, sonst, unser eigentliches Arbeitsgebiet sonst eher digital ist, hat man das gar nicht so viel gespürt in der Branche. Also ich bin auch noch als Web-Entwickler tätig und die Webseiten liefen alle weiter. Da haben wir tatsächlich mit ganz anderen Viren zu kämpfen. Die Bahnhofsviertelnacht 2021 wäre für mich am besten so, dass tatsächlich weniger der Fokus auf die Party und den Konsum von Alkohol und andererweitiger Getränke gerichtet wird, sondern tatsächlich noch verstärkter auf die Einrichtungen, Institutionen und Läden, die tatsächlich hier sind und sonst nicht so viel Gehör bekommen können. Mein Name ist Andreas Kovic. Ich bin Inhaber der Grünen Kuriere. Wir machen hier in Frankfurt einen CO2-neutralen Kurierdienst. Das bedeutet, unsere Fahrten finden meistens mit dem Fahrrad, mit dem Lassenrad statt oder auch mal mit dem Elektroauto. Das Bahnhofsviertel ist für uns erstens mal eine tolle Station, dass wir hier unser Büro haben können. Hier sind absolut tolle multikulturelle Einflüsse, die uns irgendwo mitnehmen. Wir können hier super toll essen gehen. Hier sind immer irgendwelche coolen Leute, auf die man trifft. Für uns hat sich das als absolut positiv entwickelt hier. Wir haben am Anfang der Corona-Zeit es eigentlich gar nicht so gespürt, weil wir eigentlich mehr Aufträge hatten am Anfang, da die Leute uns benutzt haben, im Homeoffice ein bisschen mehr zuzustellen und die waren meistens weiter draußen. Naja, da wir immer relativ hautnah dran sind an der ganzen Geschichte, wäre es für uns nicht ganz so verkehrt, dass vielleicht wirklich der Fokus ein bisschen mehr auf die Geschäfte und auf die Einrichtungen hier liegt und dass die Leute auf jeden Fall auch nächstes Jahr ruhig und friedlich miteinander feiern. Mein Name ist Aschraf Zakbach. Ich bin hier am Bahnhofsviertel seit sieben, acht Jahren tätig mit dem Herrn Axan. Der ist ein richtiger Weinkenner. Jetzt zurzeit konzentrieren wir uns nur auf die Weinbahn. Das ist unser Hauptgeschäft hier. Das mache ich mit seinem Sohn, der Jascha Axan. Das ist mein Partner hier. Das führen wir jetzt seit einem Jahr quasi. Das Bahnhofsviertel ist das krasseste hier. Hier lebt jeder mit jedem. Das sind die Armen, die Reichen. Wir leben alle zusammen halt hier. Nicht nur wir waren betroffen, sondern alle, alle hier. Aber ja, in den letzten zwei Monaten haben wir uns ein bisschen gerettet. Wir haben auch die Terrasse jetzt hier von der Stadt bekommen, aber leider nur bis den 31. Oktober. Nächstes Jahr, wir werden uns so riesig freuen auf diese Bahnhofsviertelnacht. Das rettet uns jeden Tag. Man macht Umsatz, man kennt neue Leute lernen und wird auf jeden Fall geil sein. Mein Name ist Oskar Mahler. Ich bin der Stadtteil Bildhauer des Frankfurter Bahnhofsviertels. Und bei dieser virtuellen Bahnhofsviertelnacht nehmen wir zu Pferd teil in einem neuen Projekt. Das heißt Making Friends. Ich mache das mit Leonardo und mit Aaron und Musa. Drei Leute, die sehr viel schon auch im Bahnhofsviertel zusammen gemacht haben. Making Friends ist ein Modelabel. Mit diesem Modelabel haben wir die Möglichkeit, Brücken zu schlagen. Freundschaften zu schaffen, internationale Kontakte zu machen und Möglichkeiten für Leute in anderen Ländern zu eröffnen, die es bisher nicht gab. Für mich ist das Bahnhofsviertel ein ganz besonderer Ort. Ich habe an vielen Orten der Welt gelebt. Aber hier ist der Ort so besonders, weil er nur aus Minderheiten besteht. Selbst die Deutschen sind hier einer. Und das macht es so aufregend. Im Gegensatz zu anderen Leuten war für uns Corona die Chance. Corona, wir hatten Zeit miteinander. Wir konnten miteinander reden. Wir konnten dieses Projekt entwickeln. Das ist eigentlich aus diesem Lockdown entstanden, weil wir Zeit hatten, unsere Freundschaft weiterzuentwickeln. Und das, was wir gewonnen haben, daraus in das Projekt reinzustecken und das als Message in unser Label reinzubringen. Für die Bahnhofsviertelnacht 2021 wünsche ich mir, dass alle in Making Friends Klamotten rumlaufen. Ist doch klar. Mein Name ist Simon Jeckel. Ich bin Frontdorfsmanager vom Metro Boutique und Metro City Hotel hier. Und ja, wir betreiben hier Gastronomie und Hotellerie. Das Bahnhofsviertel bedeutet für mich Vielseitigkeit, Ausgeglichenheit und viele Kulturen auf einem Fleck. Während der Corona-Zeit war unser Hotel zwei Monate geschlossen. Insgesamt hatten wir ungefähr 80 Prozent Einbußen. War sehr schwierige Zeit für uns. Für die Bahnhofsviertelnacht 2021 wünsche ich mir, dass wir wieder alle zusammenkommen, dass Normalität einkehrt und dass ein Austausch der Kulturen stattfindet. Mein Name ist Atta Macias und wir betreiben die Kaffeebar Plank und eine Kaffeebar, die heißt Amp, die eher abends auf hat. Für mich bedeutet das Bahnhofsviertel Vielfalt, Erotik lange, lange ausgehen. An der Corona-Zeit hatten wir sehr, sehr starke Probleme. Durch die Komplettschließung hatten wir natürlich immense Ausfälle. Und ja, die müssen wir jetzt wieder reinholen. Für die Bahnhofsviertelacht 2021 wünsche ich mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von der Security, vielleicht ein bisschen weiträumiger und etwas länger das Ganze. Ja, ich heiße Rainer Korn. Ich bin Leiter des Personalorganisationsamtes der Stadt Frankfurt am Main. Wir sind eines der Zentralämter der Stadtverwaltung, die für die anderen Ämter und Betriebe Dienst- und Serviceleistungen erbringen. Das Bahnhofsviertel als multikulturelles Viertel verbindet natürlich auch mit seiner Verkehrsanbindung die anderen Stadtteile wie kein anderes Viertel miteinander. Obdachlosigkeit, Kriminalität, Prostitution und Drogenkonsum, das gehört auch irgendwie dazu. Aber also so einen Mix wie hier im Bahnhofsviertel werden Sie in Frankfurt nicht nochmal finden. Und das macht den besonderen Reiz auch aus. Ja, Gott sei Dank ist es uns allen gut gegangen während Corona. Wir hatten zwar viel zu tun, weil wir die gesamten AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene, Atemschutzmasken, die Einhaltung der Arbeitsschutzstandards nicht nur für das Personalorganisationsamt, sondern für die gesamte Stadtverwaltung sicherstellen mussten. Und das haben wir mit Unterstützung der anderen Amts- und Betriebsbereiche doch, glaube ich, ganz gut bewältigt. Ja, im nächsten Jahr möchten wir natürlich live und in Farbe, wenn ich das so sagen darf, gerne wieder dabei sein mit einem interessanten Unterhaltungsprogramm in der Bahnhofsviertelnacht. Und da freuen wir uns schon drauf. Also ich heiße in Taskenhussein. Die Terminusklausel ist Multikulti-Kneipe. Also Bahnhofsviertel war eine Multikulti. Früher war im Bahnhofviertel natürlich nicht so Ordnung, aber die letzten sieben, acht Jahre, das ist ganz Ordnung. Seit dem ersten Tag war ich in Deutschland bis jetzt, lebe ich in Frankfurt. Über 40 Jahre. In der Corona-Zeit ist das, sage ich in Asyn, das ist zu schade. Viele Geschäfte waren wegen Corona. Zwei, zweieinhalb Monate ist zu. Ja klar, ich wünsche mir in Asyn, die Bahnhofsviertel 2021, so Bahnhofsviertel zustande kommt, dann könnten wir und alle Leute die Besucher wieder zu feiern. Ich bin Andreas, Geschäftswörer vom Besten Eis. Ich bin Theresa. Und ich bin Natalie. Das Beste Eis ist eine Werbeagentur, die sich daran spezialisiert hat, Werbung in den Game-Social Media-Netzwerken zu schreiben. Das Bahnhofsviertel ist für mich der lebendige Stadtteil in Frankfurt. Und wir als Kreativagentur sind hier in einer Umgebung, die uns jeden Tag auch ein Stück weit inspiriert, manchmal auch ein bisschen abschreckt. Aber das Bahnhofsviertel ist der Stadtteil der Frankfurt, so interessant macht, wie es ist. Also während der Corona-Zeit war es für uns am Anfang natürlich erstmal schwierig zu wissen, wie groß sind hier die Gefahren, die Risiken, nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser Geschäft. Es hat sich aber ziemlich schnell herausgestellt, dass unsere Kunden zwar in so einer gewissen Abwartehaltung waren und auch teilweise immer noch sind, aber unsere Dienstleistungen als digitale Agentur doch in Anspruch nehmen und das, was wir seit Jahren schon so ein bisschen predigen, dass es Sinn macht, im Internet zu versuchen, online direkt Geld zu verdienen, dass das eigentlich etwas ist, was sie jetzt auch mehr umsetzen. Die Bahnhofsviertel nach, oder bei der Bahnhofsviertel nach, kommen ja viele verschiedene Menschen zusammen. Ein Ding zwischen Arbeit, Kultur und auch Party. Und natürlich wünschen wir uns, dass die Party nächstes Jahr dann auch wieder stattfindet. Mein Name ist Aihan Irisuk. Das ist Restaurant Tabacco. Das ist italienische Küche. Wir machen nur italienische Küche. Mein Bahnhofsviertel bedeutet für mich sehr viel Action, sehr viel, viel verschiedene Menschen, sehr viel Kultur. Man sieht das. Verschiedene Musik hört man. Das ist schon sehr interessant. Während der Corona-Zeit natürlich war Tabacco oder generell, Geschäfte waren sehr ruhig, wie bei uns auch, war sehr ruhig. Und wir versuchen jetzt weiterhin zu kämpfen und weiter zu starten. Was wünsche ich mir für 2021 für Bahnhofsviertel? Ich möchte, dass wir ganz normal leben, normales Leben kehren eigentlich und ganz sozial werden wieder miteinander. Und dass die Geschäfte weiterhin sehr gut laufen für jede Nachbarschaft oder für jede Länder auch. Mein Name ist Nazim Alemdar. Ich bin seit 42 Jahren hier im Bahnhofsviertel. Und zurzeit betreiben wir Kiosk Jok Jok. Und wir verkaufen hier mehr als 200 verschiedene Biersorten aus der ganzen Welt. Und für mich bedeutet Bahnhofsviertel eigentlich ein Viertel. Und dieser Viertel hat mir ein Gefühl gegeben, dass ich mich als Frankfurter nennen kann. Als die Pandemie bekannt geworden ist, dann haben wir selbst erstmal unser Geschäft ein bisschen zu ändern. Das heißt, wir haben sofort, bevor die Stadt das verordnet hat, angefangen, unseren Eingang erstmal zu machen, nur zu gehen. Nach den Lockerungen haben wir auch so gehandelt, was man machen muss. Und dieses Jahr leider haben wir nicht eine schöne Bahnhofsvierteln-Nacht erleben oder leben können. Aber ich wünsche, dass wir nächstes Jahr noch größere, noch umfangreichere und noch bessere Bahnhofsvierteln-Nacht organisieren können. Ich bin der Mikila Heinrich, einer der Betreiber und Besitzer der Yaldi Bar. Wir machen ein Restaurant- und Bar-Konzept, machen ein bisschen französisch angehauchte, moderne Bistro-Küche und dazu Drinks. Das Bahnhofsviertel für mich ist einfach ein angenehmer Schmelztiegel von vielen Kulturen. Während der Corona-Zeit ist es uns natürlich erstmal nicht so gut ergangen. Es hieß, wir saßen dann erstmal da und konnten unseren Laden nicht aufmachen. Allerdings hatten wir so natürlich auch ein bisschen Zeit, alles noch ein bisschen zu verfeinern und uns als Team auch ein bisschen einzuspielen. Für die Bahnhofsviertel-Nacht 2021 wünsche ich mir eigentlich nur, dass sie überhaupt erstmal wieder stattfindet und dass wir einfach Spaß haben können und den Leuten unser Viertel zeigen können. Mein Name ist Axel Braun, ich bin der Bereichsleiter für Information, Kommunikation und Veranstaltung bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Wir sind eine Stiftung, die vor 15 Jahren angetreten ist und zwar operativ und fördernd. Für uns ist das Bahnhofsviertel erstmal der Sitz der Stiftung. Das Stiftungshaus ist ja in der Untermainanlage 5 praktisch umgeben. Zum einen vom Main, vom Jüdischen Museum, von der Oper, vom Schauspiel. Wir haben die Taunusanlage, die Bankentürme, aber eben auch das sehr international geprägte Bahnhofsviertel. Wir sind eine Begegnungsstiftung. Schwerpunkt unserer Arbeit ist, Menschen zusammenzubringen, miteinander ins Gespräch zu bringen. Dementsprechend waren wir natürlich von den Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie auch sehr massiv betroffen. Wir haben einen relativ großen Schritt auch in die Digitalisierung gemacht. Dementsprechend sind wir nach wie vor sehr gut aufgestellt. Wir erreichen trotzdem unsere Menschen, die wir erreichen wollen. Also wir als Polytechniker, wir blicken eigentlich immer sehr positiv in die Zukunft. Und insofern wünschen wir uns und glauben auch fest daran, dass die Bahnhofsvierteljahrnacht im Jahr 2021 stattfindet. Und ja, wir freuen uns darauf schon. Mein Name ist Javier Villakampa. Ich bin der Gastgeber des Legacy Bar & Grill. Rauch spielt eine große Rolle bei uns und Spare Ribs ist unser Klassiker. Frankfurt ist ja eine kosmopolitische Stadt und damit ist auch hier Bahnhofsviertel gemeint. Ich würde das Bahnhofsviertel für mich in vier Wörter definieren. Einmal das Leben, die Farbe, die Mischung und das Legacy. In der Corona-Zeit hat uns wie alle Gastronomen sehr hart geschlagen. Fast alle Mitarbeiter sind wir in Kurzarbeit gemeldet worden. Und ich möchte nicht gerade in die Vergangenheit schauen, sondern einfach nur in die Zukunft. Und wir freuen uns am 4. September wieder die Tür aufzuschließen und für euch da zu sein. Ich wünsche mir für nächstes Jahr für die Bahnhofsviertelnacht, dass wir persönlich alle Gäste begrüßen dürfen. Mein Name ist Carsten Baumann. Ich bin hier der Leiter der Bahnhofsvision am Frankfurter Hauptbahnhof. Wir sind eine Stelle, die 24 Stunden rund um die Uhr für Menschen, die in Not geraten sind, da sind. Wir bieten für Frauen mit Gewalterfahrung ein Notapartment, wenn die Frauenhausplätze besetzt sind. Wir bieten für Eltern, die mit Kindern reisen, einen Platz und sind Kirche am Hauptbahnhof. Das Bahnhofsviertel ist für mich ein Multikulti-Zusammenschnitt, wo man merkt, neben dem Hauptbahnhof, wie das Leben pulsiert. Und das finde ich immer wieder schön, das so zu erleben, wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind. Die Menschen auf der Straße zusammen feiern, egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache. Das finde ich, das macht es wert, in Frankfurt zu leben. Ich könnte spöttisch sagen, in der Corona-Zeit, während alle im Homeoffice sind waren, haben wir durchgehend gearbeitet. Wir haben keinen Tag geschlossen. Und die Schwierigkeit bestand für die Mitarbeiter darin, sich den Hygienekonzepten immer wieder anzupassen. Seit zwei, drei Monaten haben wir vielleicht 15 Ehrenamtliche, die mit uns hier die Dienstzeiten aufrechterhalten. Das ist für die Mitarbeiter eine enorme Anstrengung gewesen, die Dienste aufrechtzuerhalten. Also toll wäre natürlich, wenn das Bahnhofsviertel wieder leben würde 2021 mit seiner gewohnten Art, mit seiner Multikulti-Art. Wobei ich, wenn ich ehrlich bin, denken würde, dass es höchstwahrscheinlich Corona immer noch nicht zu Ende ist. Aber wünschen darf man sich was und ich glaube, die Menschen merken, dass es den Zusammenhalt braucht, der im Moment gerade immer wieder am Kippen ist. Hallo, hallo. Ich bin die Monika Bauer. Mir gehört die Tanzschule Monika Bauer hier in der Kaiserstraße 42. Ich habe mich 2000 dann selbstständig gemacht und habe 2012 diese Tanzschule jetzt hier gegründet oder beziehungsweise eingerichtet und gebaut. Also das Bahnhofsviertel ist total brodelnd. Das heißt, da findet man eigentlich alles. Bis nachts um zwei Uhr kann man überall hin. Das ist perfekt. Man findet von kleinsten Lädchen über wirklich tolle Nobelrestaurants. Und natürlich das Rotlichtviertel. Das gehört dazu zum Bahnhofsviertel, ist klar. Es gibt kein anderes Viertel in Frankfurt, das so vielfältig ist. Also in der Corona-Zeit hatten wir natürlich ein bisschen Probleme. Das war klar. Das heißt, die zwei Monate Shutdown waren für uns schon sehr gravierend. Wir konnten keine Partys mehr machen, können wir auch immer noch nicht. Also die Bahnhofsviertelnacht nächstes Jahr, die muss so überkochen. Die muss wirklich so fantastisch werden. Ist ja noch lange Zeit. Denn wir haben das Haus immer voll. Das heißt, die Leute kommen von, was weiß ich, vier Uhr nachmittags zu den Schnupperkursen, machen alles mit. Wir haben ja drei Räume und da sind jung und alt und viele alte Frankfurter, die mich noch von früher kennen. Das ist natürlich ganz toll. Da freuen sich die Leute natürlich drüber. Mein Name ist Bianca Bob. Ich bin Sozialarbeiterin bei Donja KM e.V. Und wir setzen uns ein für die sozialen und politischen Rechte von Prostituierten. Wir bieten Bordellton an, speziell für Frauen. Es gibt auch eine Dame, die dann Fragen beantwortet. Man kann einfach mal in einem Feld sich das anschauen, dass man normalerweise keinen Einblick hat als Frau. Mir gefällt am Bahnhofsviertel, dass es sehr viele Schichten aufeinandertreffen, die zusammen hier leben oder arbeiten. Und das ist der Arbeitsplatz von unseren Klientinnen und auch von mir. Während der Corona-Zeit haben die meisten unserer Klientinnen ihre gewohnte Arbeitsstelle verloren. Und wir haben dann quasi geholfen, dabei ihre Existenz zu sichern, indem wir Anträge gestellt haben und einfach geholfen haben bei der Existenzsicherung, je nachdem, je nach Fall. Also für die Bahnhofsviertelnacht 2021 wünsche ich mir, dass wir wieder in Freiheit zusammen feiern können, dass wir wieder eine Modelltour anbieten können und dass die Modelle wieder geöffnet sind. Das ist das Nika. Mein Name ist Anne. Wir sind ein selbstorganisiertes Mietshäuser-Syndikatsprojekt, was hier seit Juni 2019 existiert. Hier wohnen über 40 Personen von 0 bis 68 Jahren. Neben einem Wohnprojekt, was sozusagen den Alltag solidarisch organisiert, wollen wir auch mit dem Viertel in Kontakt treten. Das Bahnhofsviertel ist unser Zuhause und der Ort, an dem wir die Möglichkeit bekommen haben, dieses Projekt zu realisieren. Gleichzeitig ist es ein politisch spannendes Viertel, in dem sich soziale Widersprüche besonders zeigen und zuspitzen. Ein gemeinschaftliches Miteinander während Corona in einem Hausprojekt und mit Kontaktbeschränkungen zu realisieren und zu organisieren, war natürlich super herausfordernd. Was uns besonders beschäftigt hat in dieser Zeit, aber auch jetzt, ist welche Auswirkungen Corona auf das Viertel hatte. Also was sich besonders verschärft hat, was dadurch besonders sichtbar wurde. Beispielsweise die zunehmende Verelendung der Wohnungslosen und Drogenkonsumentinnen hier im Viertel. Natürlich auch durch eingeschränkte Hilfsangebote, aber auch die erhöhte Polizeipräsenz, Racial Profiling. Für das nächste Jahr wünschen wir uns eine inklusivere Bahnhofsviertelnacht, die niemanden vertreibt und die Bedürfnisse von allen NutzerInnen des Bahnhofsviertels mit einbezieht und berücksichtigt. Und vielleicht mehr auf Begegnungen als auf Reurismus setzt und ermöglicht. Wolfgang Seelinger, Hoteldirektor hier im Le Meridien Frankfurt, auch zuständig für den Wiesenhüttenplatz. Wir haben einen Verein gegründet mit sämtlichen Nachbarn, um das Image noch deutlicher zu verbessern. Das Bahnhofsviertel bedeutet für mich sehr viel Emotion tatsächlich, weil natürlich sehr viele Kulturen, Interessen und Menschen auf einem ganz kleinen Ort zusammenkommen. Und das ist unglaublich spannend, macht es nicht immer leicht, aber bringt ein ganz spezielles Flair mit und das liebe ich. Die Corona-Zeit, ja gut, schwieriges Thema. Wir waren auch knapp acht Wochen geschlossen tatsächlich. Acht Wochen schließen heißt, acht Wochen sind alle zu Hause, 100 Prozent Kurzarbeit. In der Hotellerie ist es so, dass man sich heute freut, wenn man 20 plus Prozent macht und man kommt von 75, 80 Prozent plus. Also es ist einfach ein finanzieller Totalschaden und ich wünsche allen ganz viel Kraft und Erfolg, dass sie das auch durchstehen. Die Bahnhofsviertelnacht 2021. Natürlich live, viel Spaß, ausgelassene Stimmung. Diese Nacht war eigentlich immer dafür auch gedacht, dass man auch die tollen Dinge sieht. Das, was wirklich viele Menschen bewegt und wo die Leute Freude daran haben, hier arbeiten ganz viele Leute. Also das hoffe ich natürlich, dass wir das wieder haben 2021. Dass wir das wieder ein bisschen mehr zeigen, wie nur, salopp gesagt, Saufen und Party auf der Straße. Mein Name ist Juanetrique Weinhold. Ich bin hier der Mitbetreiber von der alten Textilfabrik. Wir sind eine kreative Location, in der man Tagen im kleinen Rahmen feiern kann. Für mich ist das Bahnhofsviertel eine erste Landestelle in dieser Stadt. Es ist ein kreativer, sehr pulsierender Stadtteil, der mir immer schon gefallen hat. Und so haben wir uns eine Möglichkeit ausgesucht, hier kreativ tätig zu sein. Und so ist die Textilfabrik auch tatsächlich entstanden. Während der Corona-Zeit waren wir komplett geschlossen. Wir sind nach wie vor in dem Sparbetrieb und sind uns so glücklicher, dass wir bei so einer Aktion wie der virtuellen Bahnhofsviertelnacht teilnehmen können, um wenigstens so in Kontakt zu bleiben mit unseren Freunden, Gästen und den Interessenten, die so einen Platz eventuell gebrauchen könnten. Ich wünsche mir für das nächste Jahr Bahnhofsviertelnacht, dass sie wieder so stattfinden kann, wie sie sich entwickelt hat oder wie sie entstanden ist. Sie war mal sehr kulturell am Anfang, am Ende war sie sehr belebt. Beides ist toll für uns, beides ist toll für das Viertel. Ich wünsche mir, dass wir zumindest in diese Normalität zurückkehren. Mein Name ist Ralf Seinecke. Gemeinsam mit meinem Partner Daniel Schirke betreiben wir die Galerien Schirke, Seinecke und Rundgänger hier in der Niederstraße. Das Bahnhofsviertel ist für mich das Tor nach Frankfurt. Es gibt wahrscheinlich wenig Plätze auf der Welt, an denen so vieles gleichzeitig passiert wie hier. Dazu gehört die Geschichte dieses Viertels, die mit der Gründung des Wilhelminischen Bahnhofs hier vor 125 Jahren beginnt und endet bei dem Leid und Elend, was hier auch auf den Straßen zu sehen ist. Wir gehören ja zum Einzelhandel und wir mussten uns auch anpassen, in die Galerien schließen. Wir hatten zwei neue Ausstellungen, die wir nicht feierlich mit einer Vernissage eröffnen konnten. Ich hoffe, dass die Pandemie-Wolke nicht mehr über uns schwebt und dass das Bahnhofsviertel wieder so gefeiert werden kann wie die Jahre davor und dass man dann einfach wieder einen wunderbaren Abend im Sommer verbringen kann. Ich bin Joe, General Manager des L.A.'s Dailies und des L.A.'s Restaurant. Das Bahnhofsviertel bedeutet für mich gute Friseure, gutes Essen, keine Parkplätze. Die Corona-Phase für unser Unternehmen. Wir sind mit einem guten blauen Auge davon gekommen. Takeaway liegt in unserer DNA. Deswegen war die Umstellung während der Corona-Phase, dass wir zeitweise nur Takeaway hatten, eine kleine Umstellung. Wir sind jetzt hier im L.A.'s Room. Die haben wir während der Corona-Phase eröffnet, was verrückt ist. Und wir merken hier, dass 60 Prozent der Leute im Bahnhofsviertel im Homeoffice sind. Aber trotzdem sind wir sehr zuversichtlich, dass nach Corona alles besser wird. Hinsichtlich der Bahnhofsviertel nach 2021 wünsche ich mir für uns alle, dass es keine Maskenpflicht gibt und natürlich, dass Corona vorbei ist. Wir sind die Frankfurter Werbeagentur 4 für Texas und wir machen digitales Marketing. Und da eigentlich alles vom Consulting, von der strategischen Beratung über die Markenentwicklung, Campaigning, Websites, Social-Media-Marketing und Videomarketing. Das Bahnhofsviertel für mich oder für uns als Texas einerseits ist natürlich hier super viel los und spannend. Und es gibt irgendwie großartiges Essen, tolle Bars, Restaurants. Alles sehr multikulturell und ganz viel Inspiration und auch ein paar Kunden, die direkt hier um die Ecke sitzen. In der Corona-Zeit ist es so, dass es ja ein sehr, sehr drastischer Impact war, der passiert ist. Wir sind relativ schnell zu 100 Prozent ins Homeoffice gewechselt, was wir vorher in der Form nie erprobt hatten. Wir hatten quasi nicht mehr einen Standort, wir hatten 50 Standorte. Und das musste man eine gewisse Nahbarkeit über die Ferne hinweg erreichen. Und auch da, denke ich, haben wir das Ganze wirklich gut geschafft. Die Bahnhofsviertelnacht ist schon ein Ereignis, wo man zusammen mit den Menschen feiern muss, das Viertel genießen muss, das Viertel erleben muss. Aber was wir uns wirklich wünschen, ist, dass wieder in unserem Hof gefeiert werden kann, dass Leute in die Agentur kommen, dass Leute, die Bock auf Texas haben, die uns kennenlernen wollen, die einfach nur feiern wollen, mit uns, die gute Musik hören wollen, zu uns kommen können wieder. Sai-Imbiss, Patea-Imbiss. Ich bin hier in Kesheb. Mein originales Küche da. Mein Bahnhofsviertel. Hier viele Leute kommen essen, alle Kulturen, alle Leute da hier. Sai-Imbiss und alles. Seit Corona-Zeit ist so wenig Arbeit. Kunde auch weniger. Und vielleicht... Und weiter warten. Hier ist eine kurze Arbeit. Nur Mittag auf und nach vorher. Nur abholen und die Lieferung. Okay. Ihnen essen? Nein. So, nächstes Jahr vielleicht Corona nicht mehr. Und alles ist okay. Besser. Gute Arbeit. Gut verdienen. Alles okay. Ich bin der Balak und wir sind hier am Jok Jok Eden. Das habe ich zusammen mit meinen zwei Partnern gegründet. Wir sind jetzt aber auch schon relativ schnell gewachsen, haben einen vierten Mann an Bord. Das Jok Jok Eden befindet sich auf dem Wiesenhüttenplatz. Das ist diese kleine grüne Oase hier mitten im Concrete Jungle vom Bahnhofsviertel. Das Bahnhofsviertel bedeutet für mich eine große Vielfalt, auch viel Elend, viel Spaß und viel Partyvolk. Und es ist einfach ein interessanter Platz zum Leben. Und auch, ich glaube, weltweit ist es ein Ort, der so nicht wiederzufinden ist. Insofern ist es schon ein einzigartiger Ort, finde ich. Wie ist es uns während der Corona-Zeit ergangen? Es ist wie folgt. Diesen Laden hier, der sollte eigentlich seit März schon geöffnet haben. Aber wie alle wissen, war Mitte März kamen plötzlich diese ganzen Nachrichten rein von Corona. Und wir hatten diese unglückliche Überschneidung, dass wir den Laden dann doch nicht öffnen durften. Für die Bahnhofsviertelnacht 2021 wünsche ich mir, dass es im Prinzip so ist wieder wie 2019. Und nur, dass wir dieses Mal mit dabei sind, das wäre für uns das erste Mal gewesen. Wir haben uns einfach tierisch drauf gefreut. Was ist einfach die Hölle los? Ja, dass sich einfach die ganze Corona-Situation wieder bessert und wir einfach zum Leben, wie wir es vorher kannten, zurückkehren. Lassen Sie uns auch diejenigen unterstützen, die für ein gutes, ein besseres Bahnhofsviertel kämpfen. Nicht wegschauen, sondern diese Menschen unterstützen. Sie brauchen unsere Hilfe. Deshalb können Sie auch spenden unter der eingeblendeten Adresse. Ich bitte Sie sehr darum, diese Menschen haben es verdient. Das sind sie. Die Menschen im Frankfurter Bahnhofsviertel, die hier arbeiten oder leben. Die die gleichen Wünsche, Hoffnungen, Träume und Pläne teilen. Die auf ein gemeinsames, friedliches, gesundes und erfolgreiches Miteinander in einem der buntesten Stadtteile Deutschlands hinarbeiten. In einer vielfältigen, aufregenden und zweifelsohne schwierigen Welt. Wir danken allen Teilnehmern für diesen Einblick und hoffen. Nein, wir freuen uns auf eine reale Bahnhofsviertelnacht 2021. Eine Bahnhofsviertelnacht zum Erleben und Genießen. Mit Türen, die jedem offen stehen und dazu einladen, mehr über dieses Viertel und seine Menschen zu erfahren. Musik Auf eine bessere Welt Musik Auf eine bessere Welt Musik Auf eine bessere Welt